Hallo zusammen, wie angekündigt möchte ich mit euch die Talentbäume, die wir jetzt für Dragonflight schon mal bekommen haben, also für die Droiden und Todesritter, im Detail durchgehen. Da es hier jede Spezialisierung betrifft und da verschiedene Sachen zu beachten sind und das für ein Video einfach viel zu lang wäre, habe ich jetzt für jede Spezialisierung ein Video, welches ich machen werde. In diesem Video geht es jetzt um den Wächterdroiden, für die anderen Spezialisierungen bzw. für den Todesritter dann die Spezialisierung natürlich folgen dann auch die Videos, also da bitte noch etwas Geduld. Wir gehen dann einmal die beiden Talentbäume durch, also einmal für den Klasse an sich, was jetzt hier für den Wächterdroiden interessant wäre, also auf der linken Seite und dann die Spezialisierung an sich der Baum für den Wächterdroiden auf der rechten Seite, was da so für Auswahlmöglichkeiten gibt, wo man vielleicht ein paar Legis wiederfindet oder auch Paktfähigkeiten, ein paar Fähigkeiten, die jetzt Standard sind, aber dann in Zukunft auf einmal nicht mehr dabei sind oder man extra skillen muss, sei es jetzt hier Verderbnis entfernen oder auch besänftigen. Das sind so Sachen, auf die ich dann jetzt gleich eingehen werde. Dann noch einmal kurz zur Erklärung, die Vierecke, das sind Fähigkeiten, die wir dann hier bekommen im Talentbaum und alles, was hier rund ist, das sind passive Effekte, oder irgendwelche Verstärkung von Fähigkeiten und bei den 8 Decken muss ich mich zwischen zwei Sachen entscheiden. Das können Fähigkeiten sein, da können aber auch mal passive Effekte dabei sein, das hängt eben von der Klasse und der Spezialisierung dann ab. Als Tank haben wir standardmäßig schon ausgewählt die Rasenregnation und Hauen, dafür, also es kostet uns keine Punkte, heißt, ja, das ist auch was, was wir standardmäßig schon kennen, nichts Besonderes. Und hier vom Weg her würde ich natürlich den Prank mitnehmen, die Fähigkeit des Eisenfells überhaupt erst zu bekommen. Und hier kann ich drei Punkte investieren für mehr Rüstung und mehr physischen Schaden, insgesamt drei. So, und jetzt sieht man schon, ich muss noch drei Punkte ausgeben. Aus meiner Sicht macht das jetzt wenig Sinn, weil ich ja eh, wenn dann die ganze Zeit eigentlich eher in Bärenform bin, hier irgendwie den Weg der Katze noch einzuschlagen, was hier links in dem Weg angeht, also den würde ich gar nicht erst einschlagen. Hier habe ich den Schädelstoß, den will ich auf jeden Fall noch. Hier habe ich zum Beispiel noch, dass der eingehende Schaden reduziert wird, dickes Fell, also da will ich später natürlich hin. So, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, ich könnte den Weg von der Eule noch gehen oder den Heal-Weg, vor allem, weil man hier Verderbnis entfernen hat. Und das finde ich, macht aus meiner Sicht zumindest viel Sinn, weil einfach Fluch entfernen, Gift entfernen, das ist schon sinnvoll, das entweder bei Verbündung zu unterstützen oder auch auf einen selbst natürlich wirken zu können. So, und dann verschwindet hier diese Linie, ich mache es nochmal weg. Ja, einen Punkt brauche ich noch, um hier in diese Reihe gehen zu können, nehme ich Verderbnis entfernen mit. Und jetzt habe ich wieder mehrere Auswahlmöglichkeiten. Hier links kann ich natürlich nicht lang gehen. So, ich nehme aber den Schädelstoß mit. Das ist der Gefäll, was ich gerade sagte, für Schadensreduktion. Und hier habe ich jetzt auch wieder ein paar Sachen, was man so jetzt schon kennt. Besänftigen zum Beispiel ist auch nicht mehr standardmäßig dabei, sondern habe ich hier bei diesem Pfad. Ich könnte aber auch von der anderen Seite kommen, das mitzunehmen. Kommen wir später aber eben hier nochmal dazu. So, besänftigen möchte ich auf jeden Fall. Dann will ich hier den Weg auch noch weiter nach unten gehen und nehme hier einmal mit das Überlebensinstinkte. und Baumrinde über ein paar Sekunden hier Schaden nochmal verringern. Ein stachelndes Gebrüll könnte ich noch eine zusätzliche Fähigkeit mitnehmen. Auch nicht verkehrt, dass wir Geschwindigkeit bekommen, genauso wie unsere Verbündeten. So, und jetzt fehlen mir wieder sechs Punkte, um überhaupt weiter nach unten gehen zu können. Und jetzt ist so die Sache, wo möchte ich lang gehen? Man könnte jetzt sagen, hier, ich will noch den Winterschlaf mitnehmen oder Taifun. Aus meiner Sicht aber erstmal in Richtung Tankiness auch und heilen. Achso, hier habe ich noch eine Fähigkeit auszuwählen. Genau, wir nehmen einfach mal wilde Attacke, dass wir irgendwo hinspringen können. So, dann haben wir hier einen interessanten Punkt. Verursachte Heilung, erhaltene Heilung um drei beziehungsweise sechs Prozent erhöht für zwei Punkte. Das nehmen wir mit. So, und jetzt brauche ich immer noch drei Punkte zum Ausgeben. Und, ja, ich könnte jetzt sagen, ich gehe jetzt mehr in Richtung, ich möchte mal sagen, Support. Also ich nehme Wildwuchs noch mit. Und hier oben habe ich noch, dass Baumrinde länger läuft. Zwei Sekunden. So, und jetzt ist hier schon mal wieder alles frei. Hier auf der Seite kann man sich jetzt entscheiden zwischen dem Gebrö, dass man, erschütterndes Gebrö, muss das glaube ich heißen, dass wir Gegner hier desorientieren oder zwischen dem Single Target Stun. Auch interessante Wahl zwischen beiden. Also ich würde natürlich als Tank dann eher doch eher das Gebrö dann nehmen, da man meist auch ähnlich wie beim Stun desorientieren kann, aber eben eine gesamte Gruppe, wenn es jetzt um Aoe geht. Dann haben wir hier ein Conduit, was man wiederfindet, dass wenn wir unter 40 Prozent live fallen, dass dann rasende Regulationen ausgelöst wird. Wie gesagt, aktuell ein Conduit. Und als letztes in der Reihe, wenn wir in eine Form gehen, in der wir 20 Sekunden lang nicht waren, dann haben wir für vier Sekunden keine Kosten. Also als Beispiel, man geht jetzt aus dem Bär raus in die normale Form, dann kosten die nächsten Zauberer kein Mana. Nicht so wild ist, weil normal fahren wir eigentlich immer Mana. Oder auch als Beispiel, man ist jetzt in einem Dungeon unterwegs, in einer Reisegestalt bereits 20 Sekunden, weil längere Strecke, wie auch immer. Und dann gehen wir für das nächste Pack in unsere Bärengestalt und haben dann für vier Sekunden keine Wutkosten. Also man könnte dann zum Beispiel einfach Eisenfell einsetzen oder zermalmen, also das, was jetzt gerade Wut kostet. Und ja, das ist auf jeden Fall, klingt schon mal nicht verkehrt, interessant auf jeden Fall von der Spielweise her. Ja, und dann haben wir jetzt immer noch sieben Punkte, die man verteilen kann. Und da wird es jetzt so ein bisschen, in welche Richtung geht man? Man könnte jetzt sagen, man geht jetzt wirklich rein auf Tankiness. Man kann hier noch seine Rasenregulation und, also hier eine Heilung erhöhen, während Rasenregulation und Baumrinde aktiv ist, zum Beispiel. Dann haben wir hier noch einen Punkt, der unsere Stats erhöht, je nachdem, welcher Form wir sind. Hier in der Bärenform wichtig, dann natürlich die Vielseitigkeit. Ja, nehme ich auch drei Prozent mit. Und jetzt, finde ich, ist das sehr stark, in welche Richtung möchte ich noch gehen? Denn ich habe hier noch die Möglichkeit, wenn ich in Bärengestalt gehe, gerade frisch, dass ich mehr Leben und Rüstung bekomme für vier Sekunden. Ich könnte hier jetzt aber noch Massenumschlingung und Vortex mitnehmen, auch nützliche Fähigkeiten auf jeden Fall. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel den Vortex. Und könnte auch noch sagen, ich nehme Anregen noch mit, was ja aktuell als Bär nicht möglich ist. Zum Beispiel auch nicht als Katze, aber derzeit nicht standardmäßig drin. So hätte ich die Möglichkeit da mit supporten beim Heiler. Und ein Punkt, ich könnte jetzt hier noch diese Fähigkeit nehmen, dass er hat anderthalb Minuten Cooldown und dass für 20 Sekunden unsere Heilungs- und Schadensfähigkeiten den nächsten Verbündeten auch nochmal um einen gewissen Prozentsatz heilt. Oder nehme hier Erneuerung mit, dass ich mich um 30 Prozent meines maximalen Lebens heilen kann. Auch natürlich nicht verkehrt. Es gibt hier verschiedene Wege. Ich finde, man kann entweder sagen, okay, oder ich gehe wirklich rein auf Tankiness und sage, die Punkte nehme ich nicht mit. Ich nehme hier die, jetzt muss ich ja vorbeikommen, nochmal, wenn ich in Bärform gehe eben, dass ich dann gleich erstmal mehr Leben und mehr Rüstung habe und nehme meinetwegen noch Herz der Wildnis mit, um ein bisschen supportermäßig agieren zu können. Und ja, wenn ich aus meiner Bärngestalt rausgehe, meine Heilung mit Verjüngung zum Beispiel ein bisschen machen kann. Oder wie gesagt, gehe wirklich hier den Weg, nehme das hier raus meinetwegen, gehe vielleicht auch noch hier mit hin. Also man hat da ein bisschen Möglichkeit, was denke ich klar ist, hier diese linke Seite, da kommt man nicht dran vorbei, das alles mit zu skillen. Das, aus meiner Sicht, sind das die Sachen, die man da mitnehmen sollte und muss. Wo man dann als zweites lang geht, ob ich hier den Weg vom Heal mit Verderbnis entferne oder vielleicht sogar bei der Eurenform und man nimmt noch Sonnenfeuer mit und macht dann am Start erstmal einen Pull mit Sonnenfeuer und irgendeinem Spell und geht dann erst in Bärenform. Das sind alles auch Möglichkeiten, die ich mir da vorstellen kann. Da muss man dann sehen, wie die Spielweise ist. Aber wie gesagt, eine Seite ist so ein bisschen schon stark vorgegeben. Bei dem anderen kann man so ein bisschen noch überlegen, welchen Weg da man wie am besten geht. Ob man eher in Richtung Damage, ein bisschen Richtung Support oder wirklich rein auf Tankiness geht. Ja, und das soweit zur Seite des Klassenbaums. Dann schauen wir uns gleich den Baum für die Spezialisierung jetzt auf jeden Fall an, für den Wächternruinen. Dann schauen wir uns jetzt den Spezialisierungsbaum an vom Wächternruinen. Gleiches Prinzip natürlich. Viereckig sind Fähigkeiten, Kreis sind passive Effekte und bei den Achtecken die Auswahl zwischen passiven Effekten oder Fähigkeiten, je nachdem zwischen zwei Sachen. Eine müssen wir wählen oder eine dürfen wir wählen. Es geht los am ersten Punkt mit Zerfleischen. Keine besonders neue Fähigkeit. Kennen wir Single Target, recht hoch, kostet gut. Dann haben wir hier einige Punkte erstmal über Lebensinstinkte auch. Als Fähigkeit wieder sollte man aus meiner Sicht auf jeden Fall mitnehmen. Denn großer Cooldown hier, defensiver Cooldown. Dann Passive Effekt, dass unsere Fähigkeiten die Chance haben, zerfleischen hier zurückzusetzen. Also dass wir es sofort einsetzen können, Cooldown und dass es noch zusätzlich Wut generiert. Das ist jetzt auch ein normaler Passive Effekt, den wir dabei haben. Also jetzt auch nichts Neues. Und dann, da wir ja noch einige Punkte sowieso ausgeben müssen, bevor wir rüberkommen. Aber hier einmal die Möglichkeit, uns zwischen zwei Sachen zu entscheiden, was es jetzt auch im Talentbaum aktuell gibt. Entweder hier nochmal zusätzlich diese Stacheln, dass ja Passiv eben Schaden reflektiert wird. Und wenn Baumbrin aktiviert wird, noch zusätzlicher Schaden verursacht wird. Oder eben hier das Sträubendes Fell müsste das heißen. Aktive Fähigkeit, die wir einsetzen können, um hier für kurze Zeit mehr Wut zu generieren, von dem Schaden abhängig, was wir bekommen. Also da gibt es schon mal die Auswahl zwischen Talenten, die wir jetzt auch schon kennen. Jetzt einfach das mal mit. Ja, dann verbesserte Bärformen, einfach mehr live und dass die Fähigkeiten Mondfeuer besänftigen, Verderbnis entfernen, Fähigkeiten, auf die wir hier ja schon eingegangen sind und auch Wiedergeburt aus der Bärenform genutzt werden können. Und das ist natürlich auf jeden Fall auch schon wichtig. Dann haben wir hier den Berserker. Das nehmen wir auch erstmal mit. Also das sollten wir auf jeden Fall nicht vergessen. Und jetzt kommen so ein paar Punkte, da muss man schauen, was man mitnimmt. Und wir haben hier ein aktuelles Conduit, was unsere Heilung von Rasenagrenation erhöht und auch von Nachwachsen, wenn wir jetzt zum Beispiel mitnehmen. Wir haben hier, dass wir nochmal diese Wunden drauf machen können, was hier Movement Speed verringert von Gegnern. Wir können das Überlebensinstinkte 2-Aufladung haben, kennt man jetzt auch schon, ist nicht verkehrt. Oder dass Zerfleischen mehr Schaden gegen Blutnezzine macht. Durch unser Hauen zum Beispiel wird ja eine Blutung verursacht. Dann würde Zerfleischen mehr Schaden verursachen. Dann haben wir noch, dass Baumrinde und Eisenfell eine Sekunde länger gehen und Zerfleischen hier die Chance hat, unsere Kosten vom nächsten Eisenfeld zu reduzieren. Auch schon etwas, was es jetzt derzeit gibt. Also jetzt hier noch nichts Besonderes Neues mit dabei. Ja, einen Punkt muss ich noch vergeben. Ich würde einmal sagen, ich nehme mal 2 Aufladungen hier für die Überlebensinstinkte. Und jetzt wird die nächste Reihe frei. Und hier wird es jetzt interessant. Aus meiner Sicht, ich habe mir das ja vorher schon ein bisschen angeguckt, ist jetzt so eher die linke Seite so ein bisschen stärker AOE behaftet, während die rechte Seite so ein bisschen mehr so in Richtung Single Target geht. Also auch Raid-mäßig gegen Bosse, während links wie gesagt eher so ein bisschen mehr oder gegen viele Einheiten näher ist. Wenn wir einmal das Hauen die Chance hat, nochmal ausgelöst zu werden. So ein bisschen so jetzt aus einem Leggy rausgelöst, was man kennt. Dann Erdenwächter, normales Talent, was man jetzt aktuell schon hat. Und das Hauen eben die nächsten Attacken gegen uns vom Schaden her reduziert. Dann das Mondfeuer hier, Gegner, die vom Mondfeuer betroffen sind, weniger Schaden an uns machen. Muss man zweimal skillen, damit man es mitbekommt. Und hier Galaktischer Wächter, kennen wir auch, aktuell ein Talent schon in unserer Reihe. Das nehme ich jetzt einmal mit. Und doppeltes Mondfeuer sozusagen. Mondfeuer macht mehr Schaden und trifft außerdem noch einen weiteren Gegner innerhalb von 15 Metern. Also, ja, auch nicht verkehrt. Und während auf der anderen Seite jetzt hier als Beispiel haben Auto-Attacks hier die Chance, also normale Angriffe, ja, dass unser nächstes Zermalmen, was wir ja oben ja sowieso schon mitnehmen, verstärkt wird. Das heißt, es macht mehr Schaden und reduziert auch den Schaden, den Gegner an uns verursachen. Und da Zermalmen aber ja Single-Target-Fähigkeit ist, ist das schon etwas aus meiner Sicht eben für Bosse jetzt zum Beispiel nicht verkehrt für ein Raid. Wir haben hier auch noch genau das Eisenfell. Eine Chance hat hier zwei Stapel zu bekommen. Das ist jetzt auch aktuell ein Conduit aus Shadowlands. Und, ja, wir haben ja eher denn das Problem, genug Wut zu generieren, wenn wir wirklich bloß einen Gegner haben, als wenn wir jetzt gegen mehrere Kämpfe im Normalfall. Genau, dann eben das Eisenfell noch die Rüstung noch mehr erhöht und auch die Baumrinde hier den erlittenen Schaden auch nochmal zusätzlich ringert. Also hier alles schon recht auch defensiv gemacht, kann man auch ja sagen. Links vielleicht noch ein bisschen offensiver, rechts ein bisschen defensiver. Wobei wir hier jetzt die Sache haben natürlich mit den zusätzlichen Schaden, plus dass Malmen auch nochmal eine Chance hat, zusätzlich kritisch zu treffen. Auch wieder zwei Punkte, die jemanden vergeben kann. Wie gesagt, ich bin jetzt hier erstmal die linke Seite langgegangen. Dann gibt es hier nochmal ein paar Punkte. Wir haben hier, dass der Baiserca sozusagen nochmal ein bisschen verbessert ist von den Fähigkeiten her, wenn wir sie einsetzen, in Bärenform erhöhte Arkan-Schaden. Natürlich gut, weil wir hier ja natürlich Mondfeuer mitgenommen haben und somit mehr Schaden mit Mondfeuer machen. Wir können jetzt hier nochmal unsere Geschwindigkeit erhöhen, unsere normale Movement-Geschwindigkeit, 10%. Schon mal nicht verkehrt als Bär, finde ich. Plus, anstachelndes Gebrüll wird auch schneller. Dann sollte man natürlich hier auch den Punkt mitgenommen haben. Also man sieht so ein bisschen jetzt die Synergie, dass man aus der Bärenform hier Verderbnis entfernen nutzen kann, beziehungsweise besänftigen, dass das eben aus der Bärenform genutzt wird. Und das ist so ein bisschen hier natürlich auch schon drauf gelegt. Hier, wie gesagt, anstachelndes Gebrüll, dass das dann auch besser wird. Dass man ja so oder so dann sehr wahrscheinlich mit fast 1 Skillung da mitnimmt. So, und hier haben wir als nächstes dann noch, solange man in Bärenform ist, wird Arcan-Schaden, den man verursacht, erstmal erhöht. Und man wird zudem um den Arcan-Schaden erhöht, um den man verursacht. Also auch wieder alles hier auf das Mondfeuer natürlich aufgebaut. Dann hier ein Ledgy, dass Schaden über Zeiteffekte weniger Zeit verursacht werden, 25% weniger Zeit, aber auch Heilungseffekte um 15% weniger ihrer Zeit. Also das ja aktuellen Ledgy, was wir kennen. Dann haben wir hier nochmal Berserker erhöht hier unser Tempo. Ja, während wir hier in der Zeit die Coo-Down-Reduction haben auf Eisenfell und unsere Coo-Down-Reduction auf Rasenregeneration und Kostenreduktion auf unser Eisenfell. Und hier ist es anders, wir kriegen Tempo. Und unsere Kosten für Zermalmen wieder, wird ja auch reduziert in der Zeit. Also aus meiner Sicht wirklich viel auf Single-Target. Dann in der Reihe noch müssen wir uns zwischen zwei Sachen entscheiden. Das hatte ich jetzt noch gar nicht gezeigt. Genau, wir gucken jetzt mal auf der Seite. Hier haben wir das Zerfleischen, die Chance hat, unser Eisenfell zu erhöhen. Also für die zwei Sekunden. Nicht nur die Chance hat, sondern es passiert. Oder eben Teilung unserer nächsten Rasenregeneration um 20% erhöht. Heißt also, je nachdem, Zerfleischen einsetzen. Und dann wird entweder mein Eisenfell oder meine Rasenregeneration verstärkt. Oder ich entscheide mich dafür, immer wenn man 200 Wut ausgegeben hat, wird ein Verbündeter in der Nähe um 3% unseres maximalen Lebens geheilt. Okay, also so ein bisschen so wie Iseras Gabe so zu sehen, finde ich. So in die Richtung, so ganz leicht. Nur, dass das eben wirklich nicht immer ausgelöst wird, sondern wenn wir mal 200 Wut ausgegeben haben, was ja schon ein bisschen dann ist. Oder hier auf der Seite haben wir einmal den zweiten Teil von dem Leji. Ja, das von dem Hauen. Das Hauen ja ein zweites Mal ausgelöst werden kann. Und hier zudem noch, dass Hauen ein Schild gibt von 75% des vorersachten Schadens. Das ist das aktuelle Leji. Und hier kommt noch hinzu, dass Zermalmen uns auch noch ein Schild gibt für 75% des Schadens. Das ist so das, was ja nur gefehlt hat. Wenn man Single Target dann eigentlich gerne eine Fähigkeit einsetzen würde als Hauen. Und somit fällt das dann da auch nochmal mit rein. Aber ja, zumindest findet man hier das Leji wieder. Oder man entscheidet sich dann dafür, dass immer wenn man einen Schaden bekommt, der jetzt nicht Overtime ist, also kein Dot in dem Sinne ist, dann hat man eine Chance, entspricht unserer Crit-Chance, dass wir Nachwachsen einsetzen können, kostenfrei, sofort. Und dass wir ihn aus der Bärform einsetzen können. Kann maximal alle 20 Sekunden auftreten. Aber auch nicht verkehrt nochmal ein zusätzlicher Heal. Zumal wir ja mit diesem Punkt hier auch Nachwachsen erhöhen. Also Nachwachsen aus der Bärenform ist jetzt auch neu, was man hier machen könnte. Oder wie gesagt eben das Absorptionsschild dann mit Hauen und Zermalmen. Was finde ich auch nicht verkehrt ist. Dann haben wir in der vorletzten Reihe, ja kann man jetzt noch nehmen, Rasenregeneration, Cooldown ist reduziert um 10%. Hier haben wir noch Pulverisieren, kennt man jetzt auch. Auch ist ein mögliches Talent, was man nehmen kann. Und an letzter Stelle, mal ein bisschen runterscrollen. Nein, da würde ich hin. Da kann man sich auch wieder zwischen zwei Sachen entscheiden, was man kennt. Entweder den Schaden und den Radius von Hauen erhöhen. Oder dass jeder Stapel von Hauen da drauf ist. Kann ja bis zu drei Stapel drauf sein. Den Damage, also den Schaden, den jemand an uns verursacht. Und unseren eigenen Schaden an dem Ziel um 2% erhöht. Beziehungsweise der Schaden an uns eben verringert. Und das ging ja bis zu 6% hoch. Ich denke, das muss man jetzt ein bisschen abhängig davon machen, was man mitgenommen hat. Wenn man hier natürlich Ursachs Furry mitnimmt, dann sollte man wahrscheinlich hier den Schaden erhöhen von Hauen. Denn dadurch wird das Schild auch höher. Entscheidet man sich hier für den Traum des Szenarios, dann nimmt man wahrscheinlich das andere mit. Vermutung jetzt meinerseits. So, dann haben wir noch vier Punkte. Und hier wird es interessant. Denn hier können wir noch Convoke mitnehmen. Also kennen wir als Paktfähigkeit von den Night Fee. Oder ja, den verbesserten Berserker oder Inkarnationen. Sagen wir mal, wir nehmen jetzt Convoke. Und dann haben wir hier, dass eben Convoke beziehungsweise Berserker hier, je nachdem, was man vorher gewählt hat, nochmal ein bisschen verbessert wird. Beziehungsweise wenn man aus der Form geht, also bei dem Berserker aus der Form geht, früher, dann wird die Zeit, die noch übrig ist, eben wieder positiv als Abklingzeit quasi dazugepackt oder abgezogen. Und bei Convoke ist es dann so, dass noch ein zusätzlicher stärkerer Spell oder eine zusätzliche stärkere Fähigkeit noch mit eingesetzt wird. Zwei Punkte sind immer noch da. Ja, hier ist jetzt auch nicht so richtig, wo man hingehen sollte. Das mit den Auto-Attacks, das dann zu meinem Stärke wird, denke ich mal, gegen Crossfights nicht verkehrt. Und ja, vielleicht nochmal das Zerfleischen gegen Blutende Ziele mehr Schaden macht. Irgendwie so, weiß nicht, wo man hinsetzt. So würde ich jetzt erstmal für Dungeons zumindest gehen. Wie gesagt, für den Raid würde ich ja die rechte Seite noch nehmen. Kurz noch, das hier hatten wir schon. Was haben wir hier noch? Wir haben noch, dass Zerfleischen mehr Wut generiert und mehr Schaden macht. Oder, dass Haue noch mehr Wut generiert, wenn es Schaden verursacht. Kennen wir jetzt auch schon aus den Talenten soweit. Dann auch, dass Überlebensinstinkte und Baumrinde hier reduziert werden, Abklingzeit und am Ende ein, ja, nochmal eine neue Fähigkeit, dass wir für 10 Sekunden ein Zustand sind, der uns 25% unseres Schadens, die wir bekommen würden, in Naturschaden reflektiert. Und solange man das noch aktiv hat, ist man auch noch Immun gegen Kontrolleffekte. Also klingt auch erstmal nicht verkehrt, den Weg hier einzuschlagen. Und vor allem für bestimmte Phasen, wo viel Schaden reinkommt. Da würde ich jetzt auch wieder sagen, Raid, Bossfights, wie auch immer. Wo man weiß, viel Schaden kommt rein, dann kann ich für 10 Sekunden nochmal 25% Schaden reduzieren, beziehungsweise reflektieren. Das klingt dann auch nicht verkehrt. Aber, ja, das wären jetzt so Möglichkeiten. Interessant, wie so ein paar Sachen miteinander, ja, übergreifen. Aber man sieht schon, dass einiges, zumindest PVE jetzt erstmal aus meiner Sicht, wenn es Sinn macht, wie jetzt hier Slow, da hat man andere dann mit dabei, das würde ich jetzt so nicht nehmen. Und hier auf der Seite war es auch schon aus meiner Sicht ein bisschen klar, wo man lang geht. Aber gut, sind jetzt alles nur Beispiele, kann man alles ja noch durchklicken, wird sich noch einiges nicht verändern. Aber klingt erstmal so für mich schlüssig, wie es aufgebaut ist. Und, ja, fand jetzt nicht, dass irgendwas unnötig ist. Lässt sich aus meiner Sicht gut skillen, erstmal. Ja, und das soll es jetzt erstmal dazu gewesen sein. Videos zu den weiteren Spezialisierungen von Druiden, sowie natürlich auch vom Todesritter, folgen dann wie gesagt noch. Also bitte noch etwas Geduld. Und, ja, lasst mich gerne eure Meinung wissen über die Kommentare, was ihr davon haltet, von dem Baum erstmal an sich. Ihr könnt es auch gerne selber durchspielen. Link zum Talent Calculator gebe ich euch dann auch natürlich mit. und, ja, schauen wir mal, was noch die weiteren Klassen dann, wenn sie dann irgendwann kommen, noch mitbringen. Ansonsten danke ich euch, wie immer, fürs Einschalten und sage, bis zum nächsten Mal.